Also heute bei Umformung des Wirkplans, jetzt geht es hier mit Vertauschen weiter. Vertauschen von zwei Blöcken. Ja, wie sieht das aus, wenn ich hier mein U habe? Hier habe ich mein G1 von S, geht weiter auf ein G2 von S und das hier auf ein Y. Und jetzt darf ich mit dieser Vertauschungsregel, hier in der Regelungstechnik, diese beiden Blöcke auch vertauschen. Da ändert sich nichts daran. Also G2 von S und hier G1 von S, Y. Ja, das ist wie bei der Mathematik mit Mal. Ihr wisst ja, das heißt ja eigentlich Y ist G2 mal G1 mal U. Und ja, das könnt ihr jetzt vertauschen, dann habt ihr Y ist G1 mal G2 mal U. Na, jetzt habe ich es hier wieder vertauscht. Anyway, also so läuft das ab. Ist nicht recht spektakulär, ich dürfte einfach die Blöcke vertauschen. Nach hinten oder nach vorne. Also vorausgesetzt hier ist nur ein normaler Pfeiler zwischen. Also kein Summationszeug, weil ansonsten wird es schwieriger. Aber das seht ihr jetzt in den nächsten Videos. Im nächsten Video geht es mit der Verlegung vor ein S-Glied, also ein Summationsglied. Geht es dann ab. Okay, schon mal danke fürs Zusehen. Bis gleich.